Hey Triathleten, Schnürsenkel sind von gestern. Denn der Ali i14 von Sud kommt dank Boa Lacing System ohne Schnürsenkel aus. Er ist ein neutraler Wettkampfschuh, der mit seinen Eigenschaften vor allem die Triathleten überzeugt. Du kannst den Schuh auch prima barfuß laufen, denn er fühlt sich im Innenmaterial sehr weich an und verhindert auch unangenehme Hautirritationen. Ein schnelles Anziehen des Schuhs in der Wechselzone ist durch die Einstiegshelfer an Ferse und Zunge möglich. Als Highlight verfügt das Modell über ein Boa Schnellschnürsystem. So kannst du gegenüber deiner Konkurrenz nochmal einige Sekunden einsparen. Die Zwischensohle garantiert dir nicht nur eine gute Dämpfung, sondern auch einen hohen Laufkomfort ohne schwammig zu wirken. Flexibilität und Dynamik für eine natürliche Abrollbewegung vom Fußaufsatz bis zum Abdruck im Vorfuß, dafür sorgt der Sohlenaufbau. Der Sud Ali 14 ist ein toller Bestzeitenschuh für alle Triathleten und Läufer mit neutraler Abrollbewegung. Du bekommst den Schuh in deiner Runners Point Filiale und hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.